Entschuldigung, kann ich da vielleicht... Nein! Entschuldigung? Ja? Ja. Lesen Sie den Sportteil dann noch? Nein, können Sie haben. Mhm. Sie interessieren sich also überhaupt nicht für Sport? Nein, ich bin völlig unsportlich. So, generell nicht oder nur nicht an dem, was in der Zeitung steht? Ich mache keinen Sport. Aha. Also auch keinen Kampfsport? Judo, Karate, Kung-Fu? So, dann haben Sie mir nicht zugehört, ich mache überhaupt keinen Sport. So, und hier ist der Sportteil. Sind Sie Anwalt? Wie bitte? Ich glaube, Sie Anwalt sind. Nein, wieso? Haben Sie ein juristisches Problem oder was? Ne, nur so. Lassen Sie mich bitte in Ruhe weiterlesen. Tragen Sie vielleicht eine Pistole? Nein, aber so langsam wünsche ich mir eine. Ich habe jetzt nur noch eine Frage. Haben Sie vielleicht einen großen Bruder, der Schläger ist? Nein. Okay, ich fasse dann mal zusammen. Sie sind unsportlich, unbewaffnet, kein Anwalt und Sie haben keinen, der mich verhauen kann. Sehe ich das richtig? Ja, warum? Dann komme ich aus, dann! Möchtet ihr? Ja. Nein. Ja. 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 Ja.